da war es mal eine Höhle aufsuchen Korte öffnen rein in die Höhle das könnte man öffnen und schneiden hab ich keine Lust mehr drauf möchte ich nicht mehr da geht er und sitzen da ja ne ach so, in die Richtung rein in die Höhle rein in die Höhle das ja mit Virginia oder Gisela wie auch immer wir sie nennen wollen ach das habe ich nicht ganz verstanden würde ich freudig sein die in mein Camphof nehmen und dann sowas Frechheit nehmen die nicht mehr auf das hilft hier auch immer gut guter Nacht meiner das licht einfach boah wir haben eine große Axt geil geil das ist geil geil guck kommt s ein ziel dann bauen könnten was machst du ja winterbad noch was keine und sie ist zugekommen perfekt perfekt das freut mich jetzt richtig das wäre jetzt eine große Axtamm komm wir machen da ja so eine Tose auf wenn wir das weiter wissen das ist nicht nur eine Katzenfutter ja ok könnt ihr ok ich mach dich drum weg Krater und hier hoch ich 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 muss auch was sein hier ist es ja nicht meine kollegen weiter geht's dass man die höhlen abklappern muss das ist das ist das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich würde mich lieben und ich bin halt auch geile Sachen. genau bei dem und und es auch da ein erler das ist ok ich bin gespannt was wir jetzt als nächstes finden ich bin gespannt ich bin gespannt auch mit hohen Das werden wir doch nochmal tun. Sicher ist sicher. Das speichern wir hier nochmal. Ich bin durstig. Hier sind wir drinnen. Komm mal rein. Oh, Kohle. Oh, der hat sich besoffen hier. Der hat den Sinn nicht mehr erkannt. Auf jeden Fall seines Lebens. Okay, gut. Das haben wir dann auch schon. Hier wäre eigentlich eine Stelle gewesen zum Bauen. Wir müssen auch die Richtung. Weiter gehe ich jetzt rein in die Alta. Wir müssen jetzt rausführen. Das ist ein bisschen zu tun. Oh. ok das ist so gut zu wissen so gut das ist ich werde da gerade vergrößern und verkleinern ok jetzt hier, dann gehen wir da ich kann gleich von der Verlust bei hier ... ... ... ... Vielen Dank. Feilen die Olga. Wenn wir in der Höhle sind, muss ich auf jeden Fall gleich noch kurz weg, aber ich muss mir das jetzt ein bisschen trinken holen. Schöpfe, schöpfe, schöpfe. die schnaß so gibt es ein zeichen irgendwo was sein ich bin der hier 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 war ich hier, aber... Was war schon mal drin, aber... Ach Gott... wissen wir auf jeden fall wir könnten die höhlen öfters reingehen definitiv öfters reingehen ich mach dann mal so ein paar füßen auf und die iräne reichdruck ein und er kommt noch zu das noch zu der anderen höhle Ich habe hier noch einen Schwer. Ich habe hier noch einen Schwer. Ich habe hier noch einen Hütt! Kälte geht so ganz alleine gut leute ich bin da ich will mich nicht mehr zu trinken bis gleich scherz Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein bisschen Nervennahrung, kann auch sein.